Sag, Zerona. Hab ich schon. Nein, mach mal. Nein! Zerona jetzt. Wo seid ihr? Keine Ahnung, wir fahren hier rum. Ja, fahr mal zur Groove Street, da warte ich. Wer ist weg? Egal, komm trotzdem hin. Oh. Ich muss mein Auto reparieren, ne? Ja, komm erst mal hin. Ne, ich fahr erst mal Painspray. Okay. Was ein Hektchen zum Anfang der Folge. Hallo! Verdammte Kackmongo. Was denn? Ich hab noch nicht mal einen Timer gestartet. Ja, da mach. Und damit willkommen zurück. Ne, hallo. Was denn? No, ne. Das wär aber voll episch, wenn er jetzt in der Verfolgungszeit geändert wärst. Wer schießt? Ja, wir können jetzt starten, wenn du willst. Warte. Ja, okay. Wir starten jetzt. Du sagst an. Zerona. Warte. Wenn ich auf dem Timer bin. Und dann sagst du an. Da. Da. Reh. Oh. Dienst. Hallo. Hallo. Na. So. Ja, er liegt eben in der Verfolgungsjacht, ne? Ja, wir... Oh, da ist er schon. What the fuck? Der kennt mich nicht. Fahr, fahr, fahr. Vollgas. Wir haben einen Platten geschossen. Ja, Leute. Ihr seht da. Action. Uhr. Ich versuch den irgendwie wegzauern. Hab einen Platten, Alter. Das ist voll kacke mit dem zu fangen. Ich häng an dem dran. Ich drehe jetzt hier oben, dann fahre ich zum Paint Spray-Rona. Der hat mir zwei Wonted gegeben, der Arsch. Zum Paint... Ich fahre in Saria. Da, am Paint Spray. Okay. What the fuck? Warum hat er das so gelegt? Alter, ist ja auch grad voll der Krieg, ey. Der ist hinter mir. Okay, das ist so langsam. So. Wenigstens mal etwas Krieg in der Folge, ey. Ja, dat muss. Wo seid ihr jetzt? Oh! Der ist vorm Paint Spray. Nee. Ah, der schießt. Fick dich. Scheiße. Ich drehe mich. Ah, hilf mir. Hilf mir. Da wurde gequemt. Kommst du da weg? Hä? Ja, ich versuch's. Ah, scheiße. Der ist wieder hinter mir. Hinter dir? Ja. Was ist denn das für ein Laus, Alter? Ich geh schnell Auto reparieren, weil mit nem Lambo, da wurde ich zu viel. Ich glaub, ich hab ihn weggenommen. Oh, der ist hinter mir. Ich seh nur noch die Lichter. Komm zum Skaterpark. Skater, Skater. Rechts. Scheiße. Alles klar, ich komm da hin. Der ist immer noch. Alter. Ja, was ist denn das für ein hartes Ei? So, hier vorne, warte. Ich bin jetzt am Skater. Ja, sagst du. Ja, soll ich drauf fahren? Da bist du doch. Wo? Der ist hinter dir vorbeigefliegt. Der ist Richtung Auto ausgefahren, Junge. Muss ich keine Angst haben? Nee. Wollen wir erst mal Auto reparieren gehen, ja? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hab eben repariert, bin wie da mit dem Spoiler irgendwie ging. Am besten gleich mal Auto respawn, damit wir wieder Nebelwerfer und sowas haben. Hab ich noch alles drin? Ich nicht. Ich musste Reifen einbauen, damit ich überhaupt noch ne Chance habe, und dann hab ich Nebelwerfer. Ja, park das einfach irgendwo, oder? In der Respawns einfach. Nee, nee. Ich muss jetzt so überleben. Auf jeden Fall hat der mir noch nix an Leben abgezogen. Alter, wenn du das siehst, ne? Du hast harte Eier. Stimmt doch. Fahr mal am besten an den Kanal. Welcher Kopf ist so lange an uns drangeblieben? Sag mir das. Ja, lange war das ja noch nicht. Ja, aber trotzdem, Alter, bei der Geschwindigkeit, ja? Und der hat uns eigentlich immer wieder gefunden, außer gerade. Oh, ich muss tanken. Sag mal an der Tankstelle. Ja, wir fahren gleich an einer vorbei. Ich spau jetzt mit dem Auto. Ja, okay. Ach, komm, wer dann. Fangen wir zu meinem Haus? Jo. Oh. Oh, oh. 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 Ich will nicht mehr das Auto überlesen, jetzt schon wieder put Oh fuck it Wie ist der? Der ist so funny Funny, ey Funny Fritz Fritz Na, Dänchen an Tänchen Wie an Tänchen? An Nettchen So, dein Haus war ja hier links Da rechts Mein Haus ist hier unten, du Vogel Ja Wo wolltest du denn hin? Äh, da ist ein Hunter Was? Ich hab nur einen wanted, mehr darf der nix Mein Auto ist zerstört Ich kaufe mir mal schnell ein neues Einfach mal ein neues kaufen So, wo treffen wir uns? Hallo, der Hunter wird irgendwo gehen Oh, hast du das gehört? Jo Wo treffen wir uns? Ähm Ich würde sagen Ich würde sagen An deinem Haus An meinem? Oder an der Tuning Werkstatt, weil ich muss noch mal mein Auto tunen An den Tuning Okay Komm ich da hin Bist du tot? Naja Okay Oh, dein Auto hat da weggehauen oder was? Nee, ich bin auch rumgekippt und dann brrrr und dann brrrr und dann brrrr und dann bumm und dann weg Ha Und ich ruf mal hin Ab und dann brrrr Hopfen wir mal schnell ein neues Genau Mach aber Handy aus, ne? Warum? Dann ist ja so langweilig Hehehe Alter Ich hab voll Schiss Ja, wenn ich jetzt in die Tuning Werkstatt fahre Und er mich ortet Dann werde ich sowieso in SF angezeigt What? Hä? Was seh ich nicht? Ja, weil du dann ja eigentlich in SF stehst Nur zum Tunen Bist du das? Jo Okay Da ist einer Der Cop, der Cop Oh Oh fuck it, du Hurensohn Fick dich Fick dich Ja, der fährt mir hinterher Fahr schnell da weg Dein scheiß Handy, Alter Ich klatsche es gleich vor die Wand, ey Wir werden fast rufgegangen hier Ich glaub der fährt jetzt wieder zu dir Da ist er Da ist er Ist er wieder bei dir? Jo Gut Komm zum Rathaus Okay Musst du mich da Geld weckn Weil wieder war mein zweiter Punkt Jetzt hab ich wieder keine Reifen Alter, der Punkt ist ja dumm Und? Wat? Liederbüree Wohl Brauchen wir jetzt nicht beantworten die Scheiße Ja, ich kann grad nicht Und was ist denn der Lieder? Keine Ahnung So So What the fuck? Hinter mir ist wieder der Cop, willst du mich verarschen? Wo seid ihr denn? Äh, an der Stadtteil gerade vorbeigefahren Oh Mein Auto fliegt Scheiße Alter Der, 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 der Hier ist ein Helikopter von dem Bullen Tutti, Tutti Äh, Tutti Wo? Schnell, der will mich tasern Hol mich ab Ich komm Ich komm Ich Äh, unser altes Haus Welches? Achso Da war ich doch eben Ja, ich... Ne, komm dahin Oh, der schießt mich ab Komm dahin, ich bin da jetzt gleich Da, äh, vor die Garagen, ja? Ja? Ja Ja Ich bin zu weit gefahren Ja, wann bist du da? Da rennt mir hinterher Hier bin ich doch Ja, bleib Bleib stehen Bleib stehen Fah, 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 fah Eben war hier noch ein Bullenhelikopter irgendwo Ja, fahr jetzt einfach weg, Alter Ich konnte mein... Oh, hinter uns ist ein Auto Da schieß ich trotzdem mal weg Auch wenn's uns nix will So, wo fahren wir jetzt hin? Ja, weg Wo können wir hin? Ich dachte schon mal hin So, ähm... Ja, wo könnten wir hin? Ich würd sagen... Mach mal Madstruck, oder? Wie, Madstruck? Alter... Alter... Wir müssen erstmal eine sich... An sichern... Oh, du machst dein Handy aus Ist ja unglaublich Ist ja unglaublich Ich hab nur einen Wanted und einen Cheesney direkt voll hat auf mich Voll geil die Folge So... So... An irgendeine Stelle und dann bestell ich mir nochmal kurz Schutzweste und Waffe Ja... Ach ne, war farbisch noch Fünf Minuten, ne? Jo... Soll ich hier mitfahren, oder wat? Ne, du sollst jetzt was bestellen, Junge So... Du Fotze Das... Ich hab das nicht gekriegt Ey! Ich hab das nicht Gut, ich würd kurz den Madstruck Jo... Mach ich... So... Schutzweste... Alles klar... Gut... Bum, bumm... Ein Mastertruck Redstruck Ja, der hat Mastertruck geschrieben Wo? Meistertruck... Ja, hier... Der... Der wo? Ja, wo hat der erst denn hingeschrieben? Als Report Achso, hat der an mich geschrieben Meistertruck Ich schreib dir jetzt Meistertruck Kann man denn das Ding hier irgendwo nicht reinbauen? Das ist mir viel zu machen, so... Der Lambo hier auch Der ist ja nur am schleudern Ich hab keine Nitro-Anzeige Bei mir ist das auch unendlich Was ist da drin? Drogen Hier? Ja? Damit kannst du deine Waffen zusammenbauen Muss aber Waffendealer sein Ich glaub ich nehm den Job gleich mal an Oder ich nehm, glaub ich, lieber Drogen wieder Ne Ich mach die Metz dann bei uns in die Fraktionsklasse Hier, wo bist du? Richtung LV auf der Autobahn jetzt Was? Ich war grad die Aufwartung Jo Okay Komm ich da hin? Oh Boah Was machst du? Hab was getrunken Oi Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja Oh fuck it Dein Auto brauchst du noch? Ja Okay Ich bin jetzt gleich LV Ah, da vorne bist du Nicht wundern wegen der Motorhaube Die war schon immer so Das ist Lamborghini Oh 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 fuck it Oh scheiße Du willst noch noch zurückkommen Ja Komm mal Hä, wo musst du hin? Da Siehst du die Flagge auf der Karte? Äh Ja Na da müssen wir hin Äh Die Bullen, die Bullen Egal ich fahr das Ding schneller an Die Bullen Die Bullen Die Bullen Das ist nur ein Zug Ja Das ist nur ein Zug Ja, das ist ein Zug Ja, das ist ein Zug Fahr das Ding da hin Alter Und dann Komm flott, flott, flott Steig ein, steig ein, steig ein, steig ein, steig ein, steig ein Steig ein Äh Äh Alter, der macht gleich Puff Nein, bitte nicht Nein, komm mal wieder klein Wo? Hier vorne, hier vorne Die sind weg Boah, Alter, der nervt mich grad, wie man Beins eingibt, ey, ich schreib den jetzt nicht Ich hab den gesagt, wir sind in der Aufnahme und da will ich nicht genervt werden Ne? Ne? Ja Ja Ja, 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 ja Ja chill, wir haben noch Zeit Wir machen jetzt noch das Auto ganz, stellen uns in irgendeine Garage rin und dann Man weiß ja nie, was noch so dazwischen passiert Genau Und wie ihr am Anfang der Folge gesehen habt, ich werde auf jeden Fall bei jeder Action aufnehmen Du Hast gedacht, ich hab das weggemacht, oder? Ja Ich hab einfach die Aufnahme laufen lassen Die ganze Zeit So Ey, der macht gleich Puff Links gleich ist ein Pansplay Na, Dänchen Ich hab ja's Ich hab voll ja's, immer Jung Meine schickige Micky-Karre, Junge Hauptsache mit offenen Türen Hör Meinen Hallo Ich rziele, das geht nicht mehr auf So, wohin Jo, ich würd sagen Erstmal, ja erstmal hier, Burger Co Burger Ah, ich bin der Erste, oder? Willst du mich verarschen? Was haben wir denn hier? Burgershot Special Meal? Aha. Fischy Shit! Na gut, ähm... Auf Deutsch gesagt! Fisch Scheiße! Guck mal, lies! Lies, da! Steht Fischy Shit! Wo dann? Fischy Shit! Gut, ich würde sagen, dann machen wir hier ein Ende im Geländer. Alter! Ey, du weißt, dass du dann nicht überleben würdest. Wart... Hä? Hä? Egal. Gut. Ja, wir schießen uns jetzt nicht ab. Damit wir in der nächsten Folge hier weitermachen können. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja, genau. Bis zum nächsten Mal, tschüss!